In einem Schiffswrack aus der römischen Epoche fanden Taucher im Jahr 1900 ein uraltes Artefakt – ein Apparat voll von Zahnrädern, welcher offenbar einst genutzt wurde, um die Bewegung der Planeten, die Phasen des Mondes und sogar Mond- und Sonnenfinsternisse korrekt vorherzusagen. Von diesem Gerät, welches als Antikythera-Mechanismus bekannt ist und oft etwas irreführend als erster Computer der Welt bezeichnet wurde, fand man lediglich ein Drittel – seither gab es Generationen von Forschern Rätsel auf. Bis jetzt. Ein Team des University College London hat bekannt gegeben, dass sie das Design des Geräts vollständig rekonstruieren konnten. Das Gerät aber sollte gar nicht existieren, es ist mechanisch zu komplex für die uns bekannte technologische Entwicklung der Griechen. Adam Wojcik, ein Materialwissenschaftler des UCL, beschreibt das Gerät als Out of this World. Es sei ein wenig, als erschien eine TARDIS in der Steinzeit – mit der TARDIS bezieht er sich natürlich auf die bekannte Zeitreisemaschine aus Dr. TARDIS. Grund für uns, das Gerät genau unter die Lupe zu nehmen. Grund auch, zu fragen, ob denn nun mehr Indizien für einen Paleo-Kontakt, einen Besuch einer außerirdischen Intelligenz in einer frühen Epoche der Menschheit vorliegen. Kann man das wissenschaftlich tun? Klar doch. Bleib dran. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Der Mechanismus von Antikythera ist hochkomplex und seine Erschaffung scheint die Möglichkeiten der damaligen Menschen zu übersteigen. Dies machte ihn zu einem heißen Kandidaten für ein sogenanntes Out of Place Artifact. Ein Gegenstand, der nicht in seine Epoche gehört und damit Indiz für ein Wirken einer fortschrittlichen Kultur sein könnte. Seine vollständige Rekonstruktion wird diese Diskussion wieder anfachen. Auch die Wissenschaftler des University College London tragen nicht unwesentlich dazu bei, wenn sie das Gerät selbst als Computer bezeichnen und seine Existenz mit dem Auftauchen einer TARDIS in der Steinzeit beschreiben. Schauen wir uns also kurz den Kontext an, bevor wir uns mit dem Mechanismus selbst befassen. Was sagt denn die Wissenschaft zur Hypothese, außerirdische Raumfahrer könnten die Erde besucht haben? Der Konsens hier ist, dass diese Hypothese nicht unmöglich ist, gleichzeitig aber unnötig. Alle vermeintlichen Mysterien, so die gängige Meinung, könnten auch erklärt werden, ohne dabei prähistorische Astronauten zu bemühen. Es sei daher sinnvoll, Occams Rasiermesser anzulegen und die Hypothese als eine zu verwerfen, die unnötige Komplexität in die Materie bringt. Das ist solide, aber nicht völlig zufriedenstellend und in solchen Situationen werfe ich gern einen Blick auf Carl Sagan, ein grundsolider, anerkannter Wissenschaftler, den aber eben genau wie uns hier bei Raumzeit die Frage nach außerirdischen Zivilisationen nie ruhen ließ – tatsächlich hat sich auch Sagan zur Frage der Präastronautik geäußert. In seinem Buch Intelligentes Leben im Universum von 1966 widmen Sagan und sein Co-Autor der Astrophysiker Josef Sklowski ein Kapitel dem Vorschlag, dass Wissenschaftler und Historiker die Möglichkeit eines außerirdischen Kontakts ernsthaft in Erwägung ziehen sollten und dass vorwissenschaftliche Narrative eventuell zuverlässige Quellen für Kontakt mit Außerirdischen bieten könnten. Mit den sumerischen Sagen von den Oanes, fischartigen Wesen, welche die Sumerer in Landwirtschaft, Mathematik und Künsten unterrichteten, nennen sie ein konkretes Beispiel, welches aufgrund seiner narrativen Kohärenz und seinem Detailreichtum genauere Betrachtung als möglicher Fall von Paläokontakt sein könnte. Gleichzeitig gaben sie zu bedenken, dass diese Denkansätze natürlich spekulativ und nicht bewiesen seien. Sagan ergänzte auch 1979, dass Personen wie von Däniken und andere unkritische Schriftsteller solche Hypothesen eben nicht als solche betrachteten, sondern ihnen unbegründet Beweiskraft zuschrieben. Viele Legenden und vermeintliche Out-of-Place-Artefacts verdienen Sagan zufolge nicht mehr als eine flüchtige Bemerkung, da sie besser mit herkömmlichen Hypothesen erklärt werden könnten. Nun leben wir in einer Zeit, in der mögliche Kontaktszenarios regelmäßig und von vollkommen seriösen Quellen beschrieben werden, ganz ohne Fringe-Science-Label veröffentlicht ein Harvard-Professor mehrere Aufsätze, in denen er seine Überzeugung darlegt, dass es sich bei Oumuamua um ein Artefakt einer außerirdischen Intelligenz handeln könnte. Ebenso geraten fast wöchentlich neue Aufnahmen von unbekannten Flugobjekten an die Öffentlichkeit, teils ausreichend spektakulär, wie die jüngste Aufnahme des Pentagons, welche ein UFO zeigt, das ohne alle typischen Anzeichen in den Überschallflug übergeht. In dieser Zeit kann man, wie eigentlich aber immer, die Frage nach historischem Exokontakt durchaus stellen, solange man die Regeln wissenschaftlicher Objektivität bewahrt. Und nach all der Vorrede, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Antikythera-Mechanismus, der nun endlich rekonstruiert wurde? Der Apparat zeigte auf drei großen und drei kleinen Anzeigen diverse astronomisch-kalendarische Zusammenhänge. Es gab einen Sonnen- und Mondkalender, eine Anzeige der Planeten-Orbits sowie eine Darstellung von Mond- und Sonnenfinsternissen. Alles war synchronisiert, eine Einstellhilfe veränderte alle Anzeigen gleichzeitig nach damaligem Wissensstand korrekt. Dieses Gerät, so viel war immer klar, war hochkomplex aufgebaut, weit komplexer als alles, was wir aus der Zeit der Griechen, des Hellenismus oder der Römer kennen. Gleichzeitig, trotz Jahren akribischer Forschung und Debatte, gelang es weder, die Berechnungen nachzuvollziehen, die im Entwurf des Apparats genutzt wurden, noch den Mechanismus selbst aus den etwa 80 halb verrotteten Messingfragmenten zu rekonstruieren. Dass dies nun gelang, ist beeindruckend, das war es aber auch für die Wissenschaftler selbst. Das Forschungsteam beschrieb ihre Erkenntnisse vor einigen Tagen in der Zeitschrift Scientific Reports so. Unsere Arbeit zeigt, dass der Antikythera-Mechanismus ein wunderschöner Entwurf war, umgesetzt von herausragender Ingenieurskunst in ein geniales Gerät. Weiter heißt es, es stellt all unsere Annahmen bezüglich der technologischen Fähigkeiten der Griechen in Frage. Nicht nur das. Die Kluft zwischen der Komplexität des Geräts und anderen aus der gleichen Epoche ist, in den Worten des Co-Autors Adam Wojcik, unendlich groß. Tatsächlich werden im Apparat Zahnräder verwendet, die wir heutzutage in einer Wanduhr finden würden. Uns sind aus der Antike zwar Zahnräder bekannt, diese aber waren unglaublich viel größer und wurden in Dingen wie Ballisten oder Katapulten verwendet. Das wirft natürlich viele Fragen auf, nach der Herstellung, der herstellenden Person und natürlich auch, warum es das einzige Gerät seiner Art ist, das wir je fanden. Oft wurde der Name Archimedes als möglicher Erschaffer des Antikythera-Mechanismus genannt. Er lebte etwa 120 Jahre, bevor das Schiff mit dem Gerät unterging, er galt als herausragendster Ingenieur der Antike und er wurde schließlich von den Römern getötet. War das Gerät ein Beutestück nach der Belagerung von Syracuse und deshalb auf einem römischen Schiff? Wir wissen es nicht, obwohl wir einige Aussagen von Cicero besitzen, die die Existenz eines vergleichbaren Geräts zu belegen scheinen. So schrieb er von einem von Archimedes erbauten Instrument in Rom, welches die Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten um die Erde zeige. Das große Rätsel ist also nicht die Existenz des Geräts an sich, sondern wie überhaupt ein feinmechanisches Meisterwerk und Einzelstück wie der Antikythera-Mechanismus entstanden sein könnte. Um dies herauszufinden, wird das Team des University College London versuchen, den Apparat mit uns bekannten hellenistischen Methoden von Metallverarbeitung und Handwerk nachzubauen. Sollte das nicht gelingen, bleibt die Frage nach der Komplexität und der Fertigungsqualität offen. Es wäre aber auch das einzige Indiz für eine mögliche präastronautische Deutung. Alles andere ist für uns solide durch Quellen abgesichert. Die Schriftzeichen waren korinthisch, das Planetenmodell entspricht dem damals gängigen geozentrischen Modell mit fünf bekannten Planeten. Es gibt ägyptische Monatsnamen, babylonische Tierkreiszeichen. Sogar ein kleiner Olympiade-Kalender mit dem Verweis auf die im Vierjahreszyklus stattfindenden panhellenischen Spiele war angebracht. Ähnlich gestaltet sich die Indizienlage, wenn man sich andere, kontrovers diskutierte Out-of-Place-Artefacts anschaut, zu denen etwa die Batterien von Bagdad, die Glühlampen von Dendera oder die Säule von Delhi zählen. Z.B. Die Batterien von Bagdad, die waren nicht mehr als ein Keramikgefäß, eine Kupferröhre und einen Eisenstab. Sie können nachweislich Strom erzeugen, nur sehr geringe Ströme unter einem Volt, aber sie konnten. Haben die Pater also Elektrizität genutzt? Das ist kaum nachweisbar. Jenseits des Fundes in Bagdad tappen wir im Dunkeln. Alles weitere muss immer Spekulation bleiben. So auch die Vermutung, die Batterien könnten für medizinische Zwecke in Form einer Art Elektro- Akkupunktur zum Einsatz gekommen sein. Oder – wie mehrfach in Experimenten recht erfolgreich gezeigt – zum Galvanisieren von Münzen. Warum war das Wissen da? Warum so punktuell? Insgesamt müssen wir das Urteil fällen, dass es keine schlüssigen Beweise gegen eine präastronautische These gibt und ebenso wenig – und das ist wichtig – keinerlei Beweis eines Besuchs einer außerirdischen Kultur vorliegt. Obwohl – und ich zitiere nochmal Adam Wojcik – es keinerlei Indiz gibt, dass die alten Griechen so etwas bauen konnten und der rekonstruierte Antikythera-Mechanismus wie eine Tardis wirkt, die in der Steinzeit auftaucht. Persönlich kommt für mich stark das Quantitätsargument zum Tragen. Wenn eine außerirdische Zivilisation in historisch ganz verschiedenen Epochen den Patern Wissen über Batterien vermittelt, die Pyramiden mit Glühlampen ausstattet und später den Griechen noch einen Kurs in Feinmechanik gibt, dann wäre es doch wahrscheinlich, dass wir erheblich mehr Zeugnisse ihres Wirkens hätten. Uns ist klar, dass so ein Thema teils polarisiert. Schreibt also ruhig, was ihr denkt – wir danken euch in jedem Fall fürs Zuschauen und danken wie immer unseren Unterstützern auf Patreon – ganz besonders unseren galaktischen Overlords Markus Tröster, Sebastian Markz, AimGods und Nikolas Schreier – in diesem Sinne 42! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020